Hallo Leute und herzlich Willkommen zu meinem zweiten offiziellen Video. Ja, ich werde jetzt noch nicht spielen, weil ich demnächst ein neues Handy bekomme. Und ja, und das Aufnahmeprogramm, weil ich habe, das leckt so über. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, gebe ich euch eine kleine Info, weil ich es auf diesem Kanal machen werde. Also erstmal, um 50 Abonnenten zeige ich mein Gesicht. Und ja, ich werde hauptsächlich Spiele spielen. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren Spiele vorschlagen, die ich mal so let's playen soll. Und ja, ja, was mache ich noch? Ja, wie gesagt, es geht hauptsächlich, es wird hauptsächlich um Spiele gehen. Was ich so hauptsächlich, glaube ich, vorstellen werde in meinen, in den nächsten paar Videos, ist, glaube ich, hier das Geometridash. Und höchstwahrscheinlich ist das Spiel Bluens TD5. Ja, in der Zeit könnten wir dann auch in die Kommentare schreiben, was ihr so gerne mal sehen würdet. Und ja, würde ich schon sagen, Dankeschön fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.